Die österreichische Regierung scheint im Blindflug zu agieren, besonders in Bezug auf den Umgang mit russischem Gas. Trotz früherer umstrittener Ankündigungen, schnell aus den russischen Gaslieferungen auszusteigen, bleiben konkrete Schritte bisher aus. Die grüne Umweltministerin Leonore Gewessler ist erneut in die Kritik geraten, nachdem sie zugeben musste, dass sie die Verträge zwischen der OMV und Gazprom nicht kennt. In einem Akt des Aktionismus kündigte Gewessler an, aus den langfristigen Lieferverträgen auszusteigen und Änderungen im Gaswirtschaftsgesetz vorzunehmen, um den Verzicht auf russisches Gas zu erzwingen. Doch ihre Unkenntnis über die Vertragsdetails wirft Fragen auf, wie realistisch ihre Pläne sind. Die Ministerin argumentiert, dass ein Ausstieg aus russischem Gas eine moralische Verpflichtung wäre. Allerdings bleiben viele Fragen offen, insbesondere bezüglich der rechtlichen und wirtschaftlichen Implikationen eines solchen Schrittes. Experten warnen vor einem überstürzten Ausstieg aus russischem Gas, da die Umstellung auf alternative Energiequellen Jahre dauern würde. Eine kürzlich beauftragte Studie des WIFO soll Licht ins Dunkel bringen. Jedoch bleibt fraglich, ob die Regierungspolitik auf fundierten Fakten oder reinen Idealen basiert. Insgesamt zeigt sich, dass die politischen Ankündigungen der Regierung wenig mit der Realität zu tun haben und eher von kurzfristigem Aktionismus als von langfristiger Strategie geprägt sind. Es bleibt abzuwarten, ob die Politik sich in Zukunft stärker auf sachliche Analysen und weniger auf moralische Überlegungen stützt.